1943. Eine Welt im Krieg. Eine Welt in Aufruhr. Wir haben Hitlers Nordafrika-Feldzug ein Ende gesetzt. Aber was nun? Churchill drang auf eine Invasion Italiens, nannte die Mittelmeerregion den weichen Unterbauch des Krokodils. Anfangs skeptisch, zog Winston die Amerikaner doch noch auf seine Seite. General Dwight D. Eisenhower, oberster Kriegsherr der Alliierten, plant federführend die gesamte Strategie. Was mich betrifft, ich bin auf dem Weg nach San Celini, einer abgelegenen Insel im Südwesten Italiens. Wir haben in dieser Gegend Schiffe verloren. Der britische Geheimdienst glaubt, die Anwesenheit der Luftwaffe auf San Celini ist der Grund dafür. Die königliche Marine hat einen eroberten italienischen Frachter, die Orchidia, entsendet. Sie war mit modernster Funkabfangtechnik ausgestattet. Die gesammelten Informationen bestätigen unsere Befürchtungen. Die Nazis besitzen eine neue Wunderwaffe. Die Überlebenden der zerstörten Schiffe reden von einer neuen Art Rakete. Ferngesteuert von dem Flugzeug, das sie abschießt, spüren diese Raketen unsere Schiffe mit tödlicher Präzision auf. Die Aufgabe der Orchidia war, die Funkmeldungen der Luftwaffe abzuhören, um rauszufinden, was die Deutschen vorhaben. Auch wenn das das höchste Opfer bedeuten würde. Jetzt müssen wir wissen, was die Nazis planen und wie wir sie aufhalten können. Ein hohes Tier der Luftwaffe ist auf der Insel. General Tobias Schmidt. Es ist kein Geheimnis, dass Hitler eine hohe Meinung von ihm hat. Schmidt würde sich niemals lebend ergeben und hat seinen geliebten Führer noch niemals enttäuscht. Aber er könnte über nützliche Informationen verfügen. Meine Mission, Schmidt töten und mit ihm alle hochrangigen Offiziere. Und dann nichts wie weg. Ich sorge dafür, dass die Männer nicht umsonst gestorben sind. Ich muss so viel wie möglich über die neue Rakete herausfinden. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Sniper Lead 4. Wieder mit dem Typen da. Hey, ich habe einen Namen. Achso, ja, Entschuldigung. Skulldur de Durus a la Players. Keine Ahnung. So. Wir haben das schon mal angespielt. Und ausprobiert. Wat? Boah, Alter. Halt mir jetzt den Fakt. Wie geht man in Deckung? Q? Nein, Q ist das nicht. E? Nein. Huch. Hörer. Loll, ey, wir sind richtig, richtig schlecht. Der Start war schon mal. Alles klar, okay. Alles klar, okay. Also, wir versuchen jetzt wirklich leise zu spielen, weil wir sind eher die leisen Spieler. Also kennt man auch eine Folge, weil die Missionen sind ja ein bisschen länger. Ich glaube, die ziehen sich immer ein bisschen zu einer Mission. Das ist ja so was wie eine Karte. Und ich denke, dass ich das immer so machen werde. Eine Mission, eine Folge. Deswegen könnte es auch immer Überlängen geben. Warum schleichen wir jetzt hier eigentlich schon? Sind wir schon so weit? Ich überlege gerade, welche Tasche du hast. Warte kurz. C ist ducken. A, B ist, B ist Fernglas. A, B ist Fernglas. Q kannst du Waffen, äh, hast du das Waffenrat und so? Kannst du auch Stein auswählen? Kann man überhaupt in Deckung gehen? Na, Kampf, Na, Kampf E. Das ist der Chat. Schärfen, R. Umgebung markieren, Leertaste. Also mit Leertaste können wir markieren. Ey, wie? Mit Leertaste markieren? Ich kann doch nichts markieren. Tu mal zielen. Dann vielleicht. Nee. Ach so, nee, halt Leertaste, die Lunge leeren. Ach, vielleicht mit fernerer, ah ja. Wenn du, ähm, mit ein Fernerrohr guckst, kannst du markieren. Ah, okay. Müsstest du jetzt sehen, glaube ich, das Thema. So, schauen wir mal. Da oben ist doch ein Gegner oder sowas gewesen. Äh, B weg. Nein, kein Gegner hier oder sowas. Kann ich das hier wieder weg? Sind bestimmt Gegner. Ah, ja. Hallo, ich möchte es weg. Ja, ist doch egal. Lass doch einfach. Äh. Äh, also man kann aber sich auch nicht hinlegen oder wie? Und wenn du, wenn du dich duckst, geht der dann automatisch gegen die Wand oder? Doch, C gedrückt halten, dann kann man sich hinlegen. Ach so. Ah, okay. Ausdeckung kommen. Ah ja, aber man ist automatisch. Okay. Spring ist. Leertaste. Ah ja. Das kann nur Birke aufwilden. Warum kracht das hier gerade alles ein? Ich weiß nicht. Ich bin unschuldig. Äh. Ich kriege. Du hast was gehört. Was? Oh. Alter, geh halt hoch. Oh. Oh. Ich bin runtergegangen. Ich komme mal hoch. Deck mich mal. Wo wirst du hin? Ach so, der geht jetzt noch hin. Was Nahkampf war. Okay, war da geht noch hin. Oh, oh, oh. Also irgendwie bringt es da keinen Kopfschuss zu machen mit der Pistone, oder? Ich glaube, im ersten Schuss war kein Kopfschuss. Bin ich sicher. Ach so, okay. Ja, man kann immer noch gesprinten. Kann man das irgendwie durchsuchen? Durchsuchen? Ja, ich habe vor allem auch schon durchsucht. Aber ich glaube, da findet man da großartig was. Munitionenverband. Ach so, wenn du durchsucht, kann ich ihn nicht mehr durchsuchen. Ah, da ist ein Verband gewesen. Was ist das hier? Gewährmusikation. Ja, halt, da ist eine Kiste. Pistolen-Munitionen. Granate. Oh, eine Mine. Ich will auch durchsuchen. Oh, da war doch irgendwie gerade was mit. Kann ich nicht. Why? Ich hoffe, das war... Ach so, der geht automatisch in Deckung. Was? Na ja. Äh, wo muss man denn hin? Eigentlich nicht. Da hoch, würde ich sagen. Ach so. Ach so. Ach so. Kann man hier noch was durchsuchen? Munition wäre hier noch. Aber... Munition habe ich aber eigentlich genug. Ist das nicht mehr? Ja, gut. Dann... So, das wären nur die Treppe nach oben gewesen. Aber geht mal nicht so schnell voran hier, weil... So. Genau. Ach, der Tour. Okay, den kennen wir sogar noch. Dann gehen wir doch mal kurz nach oben. Jetzt wollte ich schon sagen, wegfliegende Vögel. Von... Von Hanscha oder... Weil die Vögel weggeflogen sind, als du hingerannt bist. Wow, fuck! Was? Ich habe mich etwas länger gesehen. Ich komme hoch. Okay. Hm. Springfield gegen... Hookstoßdämpfung ist besser. Naja. Hm, ich weiß nicht. Ich werde nix machen. Schauen wir erstmal hier... Das sind gut. Jetzt schaue ich mal hier kurz raus. Und markieren wir erstmal alles mit B. Schauen wir mal. Kann man die Leute eigentlich markieren, so ein bisschen? Watt, hier ist einer. Maus 1. Ah, Maus 1. Achso, gedrückt halten. Ah ja, gedrückt halten. Ah, okay. Ach, die bleiben dann markiert. Ja, ich hoff's doch. Das war ja... Da unten ist noch einer. Da ist noch einer. Ah, da ist der Offizier. Da ist noch einer. Ah, da ist noch einer. Ich weiß nicht, wie das ist... Da läuft noch einer runter. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn du einen killst durch so irgendeine Falle. Weil hier gibt's ja Fallen. Wenn du da hinten... Warte, hier... Ja. Hab ich das markiert? Ich markier das doch mit Leertaste. Diese Kameras zerstören. Das ist dann noch so eine Nebenaufgabe, oder? Und gehen wir um Leertaste? Und gehen wir um... Da. Guck. Da ist ja diese Falle. Ne? Dieses... Äh... Ja, weiß doch. So ein Benzindinger oder was? Ne, ne, ne. Hier dieses... Das oben am Haken hängt das Zeug. Ja. Wir können oben am Haken fällen, fällt das runter. Wenn er drunter steht und wir das anschießen, natürlich auch erst, wenn wärm ist, also dass keiner unseren Schuss hört und das fällt runter, stirbt der. Sind die anderen dann alarmiert oder denken die, dass es ein Unfall war? Ich glaub, solange ihn keiner findet, ist ja erstmal überhaupt kein Problem. Und wenn sie ihn finden, dann hoff ich natürlich, dass das dann... Äh, ich hab das... Glaub, die verschwinden wieder nach einiger Zeit. Echt? Oder kann man... Ne. Oder waren es zwei neue jetzt, gerade ich, der Markierter? Ich denk, es waren zwei neue, also ich... Ah. Ja, okay, anscheinend. Ja. Guck mal noch ein bisschen. Da ist auf der Ziege. Ah, da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist ein Truck. Hey, den Truck kann man ja auch markieren. Kommt hier oben noch hin. Laster, 10 Prozent. Nö, da ist nichts mehr. Ist der... Ach, da ist... Oh, auf dem Turm ist noch einer. Zack. Markier mal den Laster. Ach, da ist der Offizier. Ja, gut, der ist ein bisschen weiter weg. Ähm. Das müssen wir mal schauen. Hm. Ah, da... Oh, da ist noch einer. Genau, der hat noch markiert. Aber man kann Munition und Laster und Fahrzeuge auch markieren, ne? Das ist... Das ist gut. Was war das? Hast du gerade geredet? Mann, klingt so langweilig. Ich habe gerade schönes Wetter gehört. Ist irgendwie unter uns oder was? Ich weiß es nicht. Befürchte ich fast. Ich glaube, das war auch letztens mal der Punkt, wo wir entdeckt wurden, weil die direkt hier waren. Warte, ich versuche hier gerade. Also direkt unter uns ist Kai... Siehst du das? Oh, da hinten noch, ne? Oh, ich gehe mal ein bisschen runter hier, okay? Oh, nee, jetzt konnte ich mich markieren. Ah, doch, er ist markiert. Ich bin mal runtergegangen. Zielwasserziel... Instabil... Ah, man könnte was... Kann man den runterschießen, was? Zielfokus... Zielwasserziel... Ist Zielwasserziel? Instabil. Zielwasserziel... Äh... Weiß ich nicht genau noch. Das ist halt so ein Adler und da steht Status instabil. Heißt also, wenn man dagegen schießt, fällt da runter? Oh, der ist auch massiv, Alter. Da zerbröckelt halt vielleicht, aber sonst. Also du bist jetzt unten... Ich gucke gerade nur, ob hier irgendwo Gegner waren, aber... Haben wir den da markiert? Ich weiß es nicht. Die sind so unmarkiert aus. Ach, den Zieladler meinst du. Ja genau, da. Ach, das ist eh... Ja, bleib markieren. Das ist schon mal so gut. Das ist mal ganz blöd. Haben wir letztes Mal auch so viel markiert? Ich glaube ja nicht, oder? Doch. Ja, wollen wir jetzt einfach mal... Glück sagt einfach Leute rausschießen, die alleine sind jeweils? Oder jetzt erstmal die vor uns? Ähm... Das ist nochmal hier, da hinten. Hier bei dieser... Ich darf erst mal sagen, alle bei uns in der Nähe hier. Das sind jetzt zwei Leute. Also gut, also dann... Was? Bei... bei... wo? Moment, eher egal. Das ist aber der Adler ist das in zwei. Ach so, ja genau. Das sehe ich auch. Das sehe ich auch hin. Genau, aber wir könnten hier wirklich... Den hier... Der Adler ist wahrscheinlich so ein Sammelobjekt oder sowas. Der hier... Hä? Ich möchte da mehrere Sankten markieren. Das ist auch jetzt irgendwie blöd, weil wenn ich jetzt sagen will, den will ich erschießen, den kann ich aber nicht markieren jetzt, ne? Weil der ja schon markiert ist. Du kannst ja... Du kannst ihn wieder entfernen und... Hm. Aber das bringt ja nichts. Oh, da ist noch einer. Boah, den hätten wir beinigend gesehen. Was ist da hinten? Da. Einen B. Ich finde es doof, dass du mit den... Ah, da, ja. Stimmt, ja. Haben markiert. Gut, also ich würde sagen mal den hier. Hat der. Mach leertaste ungefähr, dass ich weiß welchen. Ja. Der hier. Ich sehe keinen leertaste. Wo guckst du grad hin? Nach rechts. Also ich scheiß nicht zum Adler hinter, ne? Ach so, okay. Okay. Gut, ich sag mal den könntest du auch leise ausschalten eigentlich, oder? Ja, so ein Gebüsch dahinter. Ja, hab ich auch schon überlegt. Weil, kann das sein, wenn man mit Pistole gegen den Helm schießt, dass man deswegen keinen Kopfschuss macht? Das kann sein, das kann sein, ja. Und Nahkampf ist ja normalerweise ja leise, oder? Wie geht denn Nahkampf? Äh, eh, glaube ich, oder? Wart, wart, ich schaue sicher noch mal nach. Aber vorhin war, glaube ich, eh gestanden. Aber es ploppt wahrscheinlich auf, wenn man dann... Ja, wenn man dahinter steht, ploppt es wahrscheinlich auf. So, äh... Nahkampf E. Ja. So, ich bleu... Es bewegt sich ja da keiner, es dreht sich keiner um, oder so, ne? Ich hab das jetzt schon... Nö. Und jetzt komme ich grad Flugzeuge, also... Oh, ich schleiche trotzdem vor. Ja. Genau, da bei der Kamera, der ist da... Soll ich den gleich rausnehmen? Soll ich warten, bis... Flugzeig kommt. So nah kommt wie so ein normales... Nein, das ist schon, also... Gut, ich geh jetzt mal her, ich probier's mal. E, hast du gesagt, ne? E, ja. Loll, das ist irgendwie voll unheimlich. Weil ich bin ja gar nicht dort und höre ich voll... Das ist so ein Geist, irgendwie. Gleich aufheben. Genau, jetzt... Oh, da kommt einer. Raus. Bencho. Der hier. Ja, ich hab's gesehen. Also, wir haben da jetzt eigentlich drei Gegner vor uns. Der eine, der der ganze Zeit rumgeht. Der andere, der eigentlich nur in die Kamera schaut. Und der andere, der der ganze Zeit über diesen Zaun schaut. Warum kommt der so in meine Richtung? Mir gefällt das gerade gar nicht. Ne, der geht eher weg, will ich sagen. Hey, der kommt voll zu mir. Eher auf die Stra... Ja, okay, hast recht. Was zum... Was zum Teufel. Aber du bist da versteckt und die Leiche auch, oder? Ja, die Leiche hab ich versteckt. Die Waffe liegt da. Ich weiß nicht, wie sensibel das ist. Also, im Notfall halt mit der Pistole rausziehen. Oh, er stellt sich da jetzt hin und dann... Ja, lol, okay. Dann raus mit ihm. Oh, also... Ja, mei, Pech gehabt, ne? Sehr gut, wieder weg tragen. Oh, perfekt. Jetzt sind nur noch zwei Gegner hier. Das ist mir ein Leiche aufheben, ist so doof, er du da in dem Moment so ungeschützt bist. Ja, gut. Also, du sie... Gut, der an deinen Kamera... Quatsch, ich komme mal herunter, ey. Das ist alles. Ja gut, aber ein Scharfschutz wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Achso, ne, weil wir können eigentlich beide, die jetzt da sind... Nachkampf rausnehmen. Achso, so gleichzeitig meinst du. Ja, ja. Also rechts ist keiner, Gott sei Dank. Kann ich den einfach rausnehmen oder guckt irgendwie mit hin? Nee, du könntest nur einfach rausnehmen oder da kommst, ja. Ach, jetzt sehe ich erst, dass deine Kamera ist. Ja, ist irgendwie, kann man kaputt machen irgendwie. So. So, ich kümmere mich um den anderen. Eh, gleich aufheben. Aber wir versuchen, die Leichen zu verstecken. Nee, das war blöd, oder? Nee, das ist doof. Achso. Ja, aber die Kamera zerstören, kann ich da einfach irgendwie hingehen und... Oder muss man da draufballern? Eher Rausschmiss, was heißt ein Rausschmiss? Ah. Okay. Ah. Da ist vorhin jemandem runtergekommen eigentlich, ne? Da müssen wir ein bisschen aufpassen von rechts, in diesen Spalt, da. Okay. Aber den haben wir ja normalerweise vorhin markiert. Sonst ist hier keiner, ich gehe mal zum nächsten Gebüsch. Eigentlich müssen wir ja nicht alle umknacken, ne? Nur die Offiziere, ja. Aber wenn wir es natürlich leise schaffen... Also ich habe jetzt auch zwei Minen gefunden. Nur weiß ich nicht mehr. Da ist einer nicht markiert? Hä? Jetzt ist er doch markiert. Oder ist das jetzt ein Antrag? Hallo, geh doch nicht vor, mein Fairclass ist das ja voll doof. Achso, sorry. Achso, sorry. So, hier kommt der... Das Fahrzeug ist markiert. Offizier töten. Hier ist keiner. Hm, okay. Gut. Hunde mag... Was? Hunde mag entfernen? Ja, da kannst du die Markierung wieder auflösen. Achso. Voll neu. Okay, okay. Ähm, B. Oh, da kommt einer. Oh, da kommt einer. Bei manchen Geräuschen habe ich manchmal das Gefühl, dass wir... So eine Warnung, aber irgendwie... Ja, es wirst du nichts. Diese so... Ich weiß auch nicht, was das so ganz bedeutet. Aber wir müssen nach links so die Brücke da... Ah, unter uns? Was? Wenn man jetzt gehe ich spreche... Leute, ist der Markiert, ja. Unter uns. Ja, unten am Strand. Da sind zwei, kann ich die markieren noch schnell? Scheiße. Markieren. Schnell, 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 schnell. Einer ist markiert jetzt unten. Ach, da. Ach, da ist der andere, ja. Der zweite Weg geht auch noch um, ne. Warte, den Markieren auch schnell, wenn er dann... Ja. Na, los, komm. Kannst du markieren, oder? Das bleibt ja da stehen. Ich kann schon markieren. Ah, okay. Sind ja noch welche unten. So. Oh ja, da sind noch welche. Noch mehr, oder? Genau. Genau. Und... Den anderen... Kann ich... Komme ich mit dem Ferngleis jetzt nicht hin? So. Ah, Moment. Er geht bisschen hin und... Den noch markieren. Perfekt. Genau. Dann bei diesem Lager... Ist alles... Okay. Ja. Ach, ich glaube dieses Geräusch, was wir immer hören, ist... wenn wir sichtbar sind und wenn wir versteckt sind. Ah. Weil das kommt doch immer, wenn ich ein Gebüsch rein renne. Und wieder raus renne. Ah ja. Sollen wir die Linken da... Sollen wir da was machen, oder sollen wir die ignorieren? Oh. Blöd werden, wenn die uns von hinten irgendwie sehen, ne. Aber eigentlich... Ah! Ah ne, der ist markiert, okay. Mich würde mal interessieren, was das für ein Adel ist, was wir da mitmachen können. Ich glaube, dass das ein Sammelnobjekt ist. Ja, wie möchtest du da hochkommen? Sammeln kannst du es nicht, oder? Ne, ich glaube, du musst einfach nur draufschießen, dass das so... wie Sammel... gesammelt ist, weißt du? Aber irgendwie... Weiß ich nicht, ob ich das machen will. Ja, wenn der Flugzeug kommt und dann draufschießen... Wenn die zwei Leute da wegs... Drei Leute wegs... Ja, wenn die drei Leute da weg wären, wär's okay. Wart mal, ich geh mal... Ah, genau. Wart, wir sollten vielleicht nicht mehr im rechten Büsch sein. So. Hm. Oh, jetzt darf ich nicht mehr raus. Aber sollen wir uns die drei vorknöpfen, oder? Ja, komm. Ja. Cool, jetzt kommen zwar gerade die Flugzeuge, aber... das müssen wir ein bisschen besser planen. Oh, da hätten wir jetzt richtig... Da hätten wir jetzt richtig... Obwohl die zwei könnte man... Ah, scheiße. Jetzt nicht, ja. Da hätten wir jetzt richtig gleichzeitig die raus klatschen können. Da hätten wir eher von oben runter rennen müssen. Warte, jetzt kommt der eine auch. Oh, ich sehe schon, es werden lange folgen. Holy moly. Also ich glaube, als wenn der drinnen jetzt eigentlich dann hinter der Mauer ist, könnte man ja beide killen. Gleichzeitig. Oder warte, der andere geht ja nach oben, kann man... Der eine tritt sich aber nicht um. Was meinst du, wenn das nächste Flugzeuggeräusch ist? Moment, man könnte ja den ersten, also... Nahkampf und dann gleich den zweiten und dann... Genau, den... Den... Den hier. Also den vorderen hier mit Nahkampf. Muss ich halt links vorbeischleichen irgendwie. Und den nicht... Vorsicht der andere jetzt. Da könnte ich sehen... Oder ist er noch in der Mauer? Ich sehe es gerade nicht. In der Mauer noch. Genau, dann können wir den im Nahkampf rausnehmen. Dann in den Gebüsch reinhauen. Und der andere... Könnte man natürlich auch... Denk aber auch dran, dass wir Steine und so hätten zum weglocken, ne? Mhm. Oh! Oh! Warte kurz! Der andere kommt zurück. Ja, ja. Ich bin irgendwie wisch. Aber da unten haben wir einen nicht markiert. Oh. Da müssen wir auch ein bisschen drauf achten. Nicht, dass er in dem Moment nach oben guckt. Aber theoretisch... Wenn du... Wie schnell bist denn du? Wenn ich jetzt da... Was möchtest du? Wenn ich den jetzt im Nahkampf rausnehme. Ja. Könntest du dann der Wald zum anderen gehen? Oder machen wir das, wenn er hochgeht? Dann würde ich den nehmen. Und im Gebüsch packen. Also meinst du das Gebüsch da oben, oder? Eigentlich vor Ort. Davor drin steht eigentlich, oder? Da gleich reinhauen. Da verstecken. Warte kurz. Ja. Ja, den... Den nehme ich ja raus. Genau. Ja, aber den oben, den müssen wir ja auch machen. Warte mal. Ich muss... Ich lauf mal schnell zu dir ein bisschen hin. Genau. Kommen wir zu mir. Genau. Jetzt will ich gleich mal einen Nachkampf machen. Mach... Mach! Das macht nicht! Danke dir. Hä? Es hat nicht reagiert bei mir. Der andere... Das hat nicht funktioniert bei mir. Scheiße. Ich hab einfach nur eh gespammt auch. Da war grad gar nichts. Ja, ich hab dann auch... Ich hab auch eh gespammt. Aber der macht keinen Alarm. Wir haben noch keinen Alarm. Man sieht zwar voll unsere Gewehr in der Raunfriesen, aber... Aber... Warte jetzt, wenn... Finger aus, können wir den beschießen? Jetzt? Ja. Versicht. Der andere... Nehm. Der andere, der versucht irgendwas? Keine Achtung, der andere kommt. Hast du... Hast du... Hast du... In dem... Gebüsch? Ja, im Gebüsch. Habe ich da nicht hoch? Ich kann doch gar nicht hoch. Jetzt... Boah. Ist mir langweilig. Boah. Ist mir langweilig. Boah. Ist mir langweilig. Boah. Jetzt höre wieder bis hin. alter kann sich auf so einfach einfach zu sprinten ja trotzdem der macht er macht dann geräusche gut der adler ist blau markiert so kann man vielleicht noch etwas machen ich gehe mal hoch das wieder ein snipper gewehr ich weiß nicht was wir mit dem adler machen können ich würde einfach mal drauf schießen wenn du mal flugzeug kommt sommer den bei der kirche da eigentlich mal den könnten eigentlich für ausschalten den können maus schalten und den unten eigentlich auch wenn einfach mal lärm ist wenn der nächste flugzeug kommt schalte ich den da aus ok ich hab gerade ausgeputzt dort wo ich die markierung habe also links bei der kapelle da der der mehr hin und her geht ich gehe da mal wieder runter ich hoffe dass er funktioniert mit dem lärm denken weil ich habe immer angst dass da doch noch irgendwer zu nahe sondern könnte schon mal in die richtung gehen genau das wäre nicht schlecht vielleicht irgendjemanden erschießen der dann das untersuchen will und die leiche weg schaffen ich schaue gerade was das ist auch dass man scheinwerfen sonst müsste anscheinend nichts mehr diese flugzeugintervall da dauert euch ganz schön lange jetzt was in deckung loll da kommt einer auf mich zu gerannt bei mir steht nicht der wurde alarmiert also dass zum fall jetzt bei mir siehst du den der da unten am strand ja siehst du das meine ich das war klären es war also der lärmschutz aber trotzdem ist der oder hat er dich gesehen da ist noch einer der nicht markiert ist das auch bleibt außer sicht anscheinend haben sie den schuss irgendwie gehört ich finde das ist so doof eigentlich die zwei müssten wir irgendwie alles klappt was so kann alles klar ist ja gut der eine ist erzielt noch ein bisschen aber bei mir alles klar ach jetzt der zweite alles klar okay okay also die zwei die hatten weiß gute eine kommt jetzt nach oben den tue ich dann irgendwie rausnehmen nahe kommt vor der pistole je nachdem wie er geht links nehmen wir eine leiche die können ich weiß nicht ich den hinteren grünen vorderen jetzt ist zu spät deshalb noch mehr ab machen müssen das kannst du aber so schnell gar nicht ausmachen weil du weißt du nicht wann der ding da ist also den vorderen könnte ich rausnehmen ja der hintere ist so hinterm stein den kann ich hin und wieder mal rausnehmen der kommt jetzt noch um der andere also beim nächsten lärm kann ich den hinteren rausschießen ich wenn er sich umtretten muss ich im nahkampf rausnehmen oh fuck oh fuck der sucht der findet die leiche achten der andere salamiert er kommt auch zu dir ich würde sagen mit der pistole ja wenn lärm kippt erschieße ich ihn holi molly gar nicht mal so leicht eigentlich ne oder habe ich den aus dem kippisch raus geworfen gar nicht mal so leicht da oben ist noch einer nicht markiert ist mit markt das ist voll doof noch ein zweiter nicht markiert kann man dann dieses haus räumen da ist noch einmal nicht markiert du bist noch beim adl oben naja dass dich das darunter fällt und sich dann zerquetscht ja ich gehe jetzt mal raus auch weil hier ist eigentlich nichts mehr aber ich würde sagen wir am strand aber könnte ich hier hoch gehen der gute aber da vorne bei der hütte ist eh ein offizier so würde ich eh oben rum gehen ja ich dann auch oben rum gehen eigentlich also wenn jetzt ein flugzeug kommt ich würde einfach mal auf diesen adler dann schießen wenn es für dich passt ja ist okay kann man eigentlich zwischen speichern so manuell speichern ja ich habe es einfach mal gespeichert kann aber ich glaube rechts oben ist wird auch immer automatisch gespeichert gerade die ganze ja ja aber zum zeug so mit ok passt keine animiert wunderbar hat funktioniert ja ich glaube dieser adler das soll ja dieses glaube ich dieses deutsche reich darstellen oder sowas das kann ich gehe mal zum nächsten ich guck mal rund an den strand ob da wer ist eigentlich hätten wir uns da voll vorbeischleichen können direkt zum haus glaube ich bis zum strand am strand unten lang laufen ne guck da geht es gleich nach oben wieder und wer dann aber da ist doch gleich ein offizier hinter vorne würde ich gerne im nahkampf rausnehmen also links den und rechts wäre auch einer ich gehe wenn der sich umdreht gehe ich hier gehe ich vor zum nächsten busch und du könntest rechts zu den zelten gehen gucken dass du den vielleicht holst ja ich gehe vor und ich vertraue ich mich nicht in deckung zu sprinten weil ich auch angst habe dass sie das hören kann man irgendwie pfeifen oder sowas du kannst steine werfen du musst du auswählen die steine ja man kann auch eine pfeife mitnehmen alles ich habe doch eine pfeife mitgenommen ja man kann zwischen stein und pfeife unterscheiden auszutauschen damit wollte ich eigentlich sagen dass ich dich mitgenommen habe aber ist okay du hast den witz zu spät und wie wirft man die dann mit G oder mit ich habe keine ahnung nicht dass du jetzt eine granate schmeißt da habe ich irgendwie müsste man vielleicht mal irgendwo ausprobieren wo ja okay mit G mache ich den worst shot ja der andere kommt wieder runter aber der andere schaut jetzt aber genau hin oder bin mir grad nicht sicher ja der andere geht zurück manchmal ducken die sich so komisch das ist schon hier aber mit x kann man zwischen pfeife und stein wechseln okay gegenstand wahrscheinlich er wird das war das war bei mir dunia wie weit geht denn ist scatter und stein auf Nein 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 Oh deiner hätten mich beinahe gesehen Ja Oh ich muss jetzt schon im Busch rennen Ich bin zurückgerannt Ich versuche ich so mit einem Stein weck zu nennen Alles gut also ich bin eigentlich relativ weit weg Das ist jetzt blöd irgendwie Obwohl da Der andere, wenn ich den jetzt rausnehme und im Moment umdreht. Oh, das war keine. Sind da mehrere beim Zelt, oder was? Ne, nur einer. Also der markiert ist. Kannst du den nicht einfach schön rausnehmen? Ja, ja, ich tu den grad halt um. Nur das Problem ist der andere, so. Ein Geräusch. Boah, ich hab ja jetzt Angst, wenn ich den jetzt hinten in den Kopf sch... Oh, der andere. Oh, ne, nicht, dass er die Klippe runterfällt, wenn ich den erschieße. Oh, wenn der andere weg wäre, der jetzt bei dir ist. Meiner meinst du? Oh, oh. Ja, den will ich ja gleich. Oh, Gott, das will. Oh, der andere. Oh, der andere. Was, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Warte, zieh ich grad um? Loll, Alter, wo geht denn da hin? Uah, doch nicht gut, doch nicht gut. Der kommt zu mir, du musst jetzt was machen. Lock mal zu dir. Mhm. E geht nicht bei mir. Nahkampf geht bei mir nicht. Ich kann es nicht eh drücken. Muss man da irgendeine spezielle Waffe in der Hand halten? Kannst du die Leiche vielleicht noch schon nehmen oder so? Wo ist denn der? Ich hoffe mal, dass du dich jetzt nachzieht, wenn du dann... Nicht. Habe ich dir jetzt aufgucken? Fein zu. Wuhuuu! Hast du mich gerade runtergeschlossen? Ich glaube schon, ohne aus Versehen. Nein! Ich laufe ein bisschen zurück, schnell. Das Gebüsch. Liegt die jetzt nach oben und deswegen habe ich die runter. Ich weiß es nicht. Weil du dann so weit geworfen hast. Ja, das nervt. Ich bin direkt vom Busch und will den eigentlich nur ablegen und der schmeißt den noch fünf Meter, weißt du? Ja, normalerweise kann man mit E ablegen und wenn man gedrückt hält, wirft dann. Aber das Ablegen geht nicht immer. Oh, okay, warte, der andere. Also mein Nahkampf, der funktioniert nicht. Alles klar, okay. Also der erste, bei mir steht alles klar. Warte, ich lock ihn an, den anderen. Schön. Oh, 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 oh. Leichnam gefunden? Ach ja, unten, oder? Unten. Oh, shit. Oh, nein. Kann sich den unteren irgendwie... Ah, nee, das ist... Nee, das ist doof. Das geht nicht. Nein, er ist tot. Nein, er ist tot. Wo rennen die hin? Ach, die suchen den Gebiet. Wir müssen aus dem Gebiet raus hier. Aber Moment, da ist noch einer nicht markiert. Ich renne schnell ein bisschen zurück einfach. Ich versuche aus dem Gebiet die raus. Er kommt zu dir, glaube ich. Was wäre? Die zwei, die einfach da so sprinten. Oh, lol. Oh, nein. Ach so, es kommt Flugzeug. Ich versuche einen wegzuprolzen. Schieß den anderen weg, schieß den anderen. Was? Einer ist weg. Der andere müsstest du dir nehmen. Der andere ist tot. Hä? Ach so, am Lager ist noch einer. Ja. Warte, ich versuche den mal wittragen. Achtung, der kommt dann zu den Rand. Oh, oh! Oh, oh, oh! Mauer. Ich kann auch herlocken, wenn es ist, aber... Naja, beim nächsten Lärm halt. Du siehst den da oben, ne? Ja, ja, den sehe ich. Oh, jetzt kann ich ihn vielleicht nicht mehr rausschießen. Jetzt ist dein Part. Ja, komm her. Was hat er denn? Ich glaube, du darfst nicht so nahe zu ihm, weil ich glaube, dann ist er schon dort bei dem... Ah. Jetzt, jetzt wär's. Ah, jetzt ist es zu spät. Shit, nee. Jetzt sehe ich ihn. Jetzt kann ich ihn sehen. Loll, du, wie du da kriegst. Alles klar. Okay, bei mir ist alles klar. Er ist auch nicht mehr alarmiert. Oh, er kommt zu dir. Vielleicht könntest du den Nahkampf rausnehmen. Achtung, Fragezeichen. Ja, ich hab gepfiffen. Wunderschön. Ich hab das auch voll gehört. Also, ich spame einfach nur E, wie es geht. Also, keine Ahnung, ob du nur einmal drücken musst oder so. Aber ich hab ja immer so E, 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 E. Und dann geht aber nichts. Und bis sie sich umdrehen, höh? Weißt du? Weißt du? Ganz komisch. Er kann es dann trotzdem immer noch E, 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 Spam, also... Sollen wir den oben dann mal? Sollen wir den per Unfall töten? Gerne, gerne. B? Ja, das können wir mal machen. Boah, aber da brauche ich eine bessere Position irgendwo oben oder sowas. Boah, jetzt wäre schön. Achso, jetzt gibt es eh nicht, weil er nicht drunter steht. Oder? Aber er wäre gerade drunter gegangen. Ah, jetzt nicht mehr scheiße. Aber jetzt steht er drunter. Ach, der steht da mal drunter? Steht er da jetzt? Ich kann es nicht richtig erkennen, ob der drunter steht oder nicht. Du müsstest wahrscheinlich wieder zu diesem Adler nach oben. Da hat man es, glaube ich, gut gesehen, oder? Ja. Dann gehe ich nochmal zurück. Ich glaube, die muss ich doch irgendwie... Ja, ein bisschen anders machen die Folgen. So eine Mission, eine Folge. Klappt nicht so ganz, glaube ich. Ja, das dauert wirklich lange. Also so wie wir spielen? Sicher. Na gut, aber... Na gut, aber wir können es wahrscheinlich schon länger... äh, kürzer spielen oder schneller. Aber wir wollen es halt gescheit spielen. Ja, ja. Muss ich mir das mal angucken. Jetzt wieder unten drunter stehen. Aber auch nicht ganz. Also das ist direkt vor dieser Kiste. Doch, also ich glaube, sie haben es im Spiel schon so gemacht. Wenn er da steht, dann kann man den auch kriegen. Da ist einer nicht markiert. Ups. So. Also direkt unter der Kiste. Jetzt geht er wieder. Ja, ich warte noch ein bisschen. Jetzt kommen die Flugzeuge wieder. Aber ich weiß nicht, ob dann da nochmal irgendjemand wäre. Oder ob man den einfach so killen kann. Jetzt ist er... Ah, da in der Nähe ist aber auch der Offizier, ne? Ja. Da. Den könnte ich sogar rausnehmen, einfach mit einem Sniper-Schüsslein. Mhm. Ah, das ist... Das ist doof. Jetzt wird er wieder drunter stehen. Ja, aber jetzt sind die Flugzeuge nicht da. Ah. Weil die Pistole wird wahrscheinlich nicht stark genug sein, ne? Um das auszulösen. Ne. Glaube ich nicht. Jetzt geht er wieder vorbei. Wenn jetzt die Flugzeuge kommen, ganz blöd. Weil dann ist es im gleichmäßigen Rücken muss. Also dann hat man eigentlich keine Chance. Aber vielleicht haben wir Glück, dass das so ein bisschen versetzt ist, dass wenn jetzt... Jetzt müsste wieder stehen bleiben, oder? Ja. Flugzeuge? Genau, komm. Flugzeuge. Du schießt, ne? Ja. Aber es kommen keine Flugzeuge. Oh. Ja gut, also wenn wir jetzt wieder sehen, dass das im Blöden Intervall ist, irgendwie eine Flugzeuge, dann... Außer man muss halt schießen, wenn er wirklich drunter steht und er geht grad. Also ich schau mal auf ihn. Na? Jetzt... Oh. Oh, nee. Nee. Alter, nee, komm. Das geht grad so nicht. Nee, kommt in den Linden. Hätten wir aber auch, glaube ich, so erschießen können, den Typen, oder? Ja. Irgendwie... Da ist noch einer nicht markiert. Zwei sogar, drei sogar. Vier sogar. Oh. Was? Wo? Hinten ist es ein bisschen weiter weg. Achso, okay. Aber sie könnten mich jetzt hochschleichen und den dann mal rausnehmen mit Nahkampf? Kannst du auch machen. Wenn er nochmal herkommt und so, mach ich das. Oh, der Achter ist offizier. Ich glaube, ich mache so Stundenfolgen, so nach einer Stunde muss ich dann mal... Ja. Und das geht jetzt nicht. Ja, wie lagiert es denn jetzt eigentlich schon? Ich habe es krass schlecht im Gefühl. Äh, 48 Minuten spielen wir jetzt schon. Oh, okay. Krass, wir sind gefühlt jetzt 20 Meter nach vorne gekommen. Ja. Moment. Oh, Gottes Willen. Boah, war das knapp. Der hat das Kruchklettern gehört, oder? Ja. Ja, das hätte ich es nicht gedacht. Ja. Ups. Aber wir sind nicht entdeckt, oder? Nee. Nee. Wieso kann man den jetzt manchmal... Toll, wenn man im Busch ist, kann man den nicht einfach... Das spielt jetzt auch schon, wie weit du den wirfst. Flup. Du musst vor dem Busch stehen, damit du... Ja, genau. Boah, der auf die Zähne. Ja, manchmal kann man es einfach nur hinlegen. Aber wenn man... Den möchte man ja in den Busch legen. Da kann man nicht legen. Wenn man außerhalb steht, kann man ihn hinlegen. Total dämlich. Total dämlich. Ich würde gerne mal mit der Pistole auf dieses Ding schießen. Oh, es geht sogar... Oh. Da waren sogar welche drin. Das geht sogar mit der Pistole. Okay, das muss man auch. Das ist schon mal gut, aber da waren welche drin. Hey, warum sind die... LOL, alarmiert, weil das Ding runtergefallen ist. Die schauen ein bisschen rum, warte ich. Ja, aber der ist auch ein bisschen geslidet. Und ich finde, das ist immer so verwirrend, wenn sie rumlaufen und dann ansetzen und visieren. Da denkt man immer, du bist entdeckt und hey. Tja, jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter vor? Möchtest du weiter da hinten so versuchen zu snipern oder wollen wir eher wieder in den Nahkampf gehen? Ja, ich gehe dann wieder ein bisschen vor, aber aktuell mag ich mir warten, bis der sich da beruhigt, der Typ da hinten. Ja. Und ich überlege die ganze Zeit, wen könnte ich hier schießen, der nicht auffällt? Äh, bei Lärm. Jetzt steht alles klar. Okay, passt. Ähm. Es ist halt ein bisschen verwirrend. Hallo, geh da runter. Toll. Das wäre halt auch ein leichtes Ziel eigentlich, aber irgendwie müssen wir da gar nicht hin. Unten am Strand wäre einer, den könnte ich rausnehmen beim nächsten Lärm. Der steht alleine. Jetzt geht er zurück. Ja gut, das hat sie gerade erledigt. Nein, nein, nein. Oh, oh. Alter, ich wäre bei einer runtergerutscht. Oh, das wäre ekelhaft gewesen. Mh. Eine Millisekunde. Hörst du mich noch? Du sagst irgendwie gar nichts mehr. Oh, sorry, ich habe gerade das Mikro noch umgeklappt, weil ich Nase geputzt habe. Da ist noch keiner nicht markiert. Direkt über mir. Kann ich noch schnell markieren. Was ist über dir? Also auf der Minimap wird da angezeigt, aber ist so nicht markiert irgendwie. Ich sehe doch nicht. Ja, im Gebäude, das glaube ich. Ah, da kommt einer. Da kommt einer. Ja, genau, den meine ich. Immer wenn ich... Ich habe da was gehört. Warte, ich versuche mal mit Nackenfrost. Oh, da ist noch ein anderer da, gell? Du bist in... Ja, ja. Komm her. Komm her. Komm her. Na? Hallo, mach, 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 du Sack. Ach, das will. irgendwie irgendwie klappt es nicht so immer mit dem marken folgt beruf mit dem nahe kampf es war mir gezahlt wird sich gar nicht obwohl ich hinter ihnen stehe muss ja aufgemüllt da kommst du mir kannst du direkt nahe kampfung oder nein ist so ein buch war dich zu nicht zurück ja weit weit zurückgehen reicht es eher nicht oder es ist habe ich die leiche aufgenommen was ist das für ein kack so unauffällig sind wir eigentlich gar nicht markierung gemacht oder ist es jetzt eine markierung so dass du es jetzt mal irgendwie ich habe keine markierung gemacht ist das ist das letzte mal wissen wo du warst hast du dann geschossen ja ich habe mit der pistole angeschossen aber dass die dauerhaften schüsse war das aber nicht markiert ja ich sehe es ja gut jetzt ist eigentlich wieder sehen sie die leichen und so na gut sonst nicht sehen beim nächsten lärm erschießt sich den links und du den rechts weisen klären kommen sollte du schreist wenn es nicht geht schon lärm bitte kann man den mit dem brustschuss einmal töten oder muss ja gerade weil er gerade geht brustschutz sollte reichen aber du kannst mit leertaste zeitlupe machen also ja ich nehme den rechten was ja ich links perfekt sollte funktioniert haben oder da ist der offizier der rumrutscht ja ja gut das ist jetzt nur noch gelb sie ist ja nicht richtig der kopf schaut alles ab und zu hause ja ich weiß halt nicht ob dahinter noch leute sind aber eigentlich können wir den erschießen auch wenn wenn es wenn leer macht und du ihn siehst einfach erschießen ich komme mit ich habe einen kopfschuss gemacht er war nicht tot die pistole ist relativ schwach hallo kopfschuss ja der hat ja ein helm auf oder aber es ist alles er hatte nur so eine mütze auf ist aber gerade alles klar oder wollen wir die gleichen trotzdem verstecken ja 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 unbedingt die anderen wo sind die dort direkt hier und da ist noch einer mann nicht so weit wer obwohl es geht so haben wir noch ein irgendwie diese vorn gesehen und hier war doch noch welche oder die liegen schon warte kurz bevor wir weitergehen ein offizier hammer und ich darf fast sagen die nicht also den nächsten oder nicht mehrere nächsten weil sie noch nicht genau wie schnell es in der nächsten folge geht mache ich in der nächsten folge weil zum beispiel bei einer stunde und bedanke ich mich erst mal fürs zuschauen ich hoffe euch gefällt das let's play und auch diese folge und schauen wir mal wie es ankommt ob ich das zu ende mache oder einfach mal so ein letztes draus macht manchmal auf alle fälle dank fürs zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten folge